So Leute, ich bin's wieder, MC Asher und wir spielen wieder Faktoria. Und wir haben ja beim letzten Mal halt aufgehört. Hier bei der Versorgung wird geliefert reizen. Also ich glaube, wir bräuchten eigentlich noch mehr Roboter. Ja, weil die Truhe nämlich leer wird. Ja, was wir jetzt aber am machen, wollten wir hier oben nicht letztens irgendwas. Ne, hier, genau, deswegen bin ich auch hier stehen geblieben. Wir wollten das, wenn ich mich recht erinnere, irgendwo ranführen. Genau, hier da ran. Da wollten wir's ranführen. Hm, so werde ich kurz mal... Hm, so geht das nicht. So, hier geht das schon mal nicht. So, dann würde ich sagen, wird das erstmal hier rumgeführt. Dann brauche ich davon welch... Wo sind sie denn? Da, die unterröschen. Zwei Stück. Hatte ich sogar noch welche? Aha. Gut. Da ist der Ofen im Weg. Kann ich die von da runter nehmen lassen? Nee, leider nicht. So ein Mel, so ein Mel, so ein Mel, so ein Mel. Also, führe ich das hier irgendwo noch... Und, ist auch scheiß Idee. Aber was soll ich denn das hier hinführen? Das sind von diesen Dingern da. Ach, mein Gott. Das würde der in den Ofen reinpacken, oder? Ja, scheibend. Hm, 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 hm. So, was ist denn, wenn wir hier mal ein bisschen umräumen? Der soll da bestimmt auch die Dinger da hin sammeln, oder? Ja. Gut. Jetzt sagen wir dem halt hier so. So. Hätten wir das Problem. Was mit der Stromversorgung kommt denn gleich? Dann muss ich das hier mal verschieben. Sodass ich hier... Zack. Und Zack habe. Oder? Schlechte Idee. Schlechte Idee. Da sollte ich es lieber andersrum machen. Sagen. Wo ist der Verteiler? So rum. Zack. Jetzt, also das müssen wir dann doch noch eins nach oben. Dann kann ich hier das nur durch Unterdings langführen. Okay. So, habe ich es jetzt eins nach oben? Okay. So. Irgendwie nicht. So. Zack. Zack. So. Das wird hier weitergeführt. Kann ich das nicht umdrehen? Ich werde mal noch was anderes probieren. Und zwar werde ich das jetzt hier oben weiterführen. Zack. Das hier auch wieder anschließen. Aber das denn hier halt? Äh. Seid ihr ja Hörnis? Lass die Dinger in Ruhe. Ist so eine Hörnis. Können die Dinger mal in Ruhe lassen? Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir. Wieso haben wir keinen Strom? Ups, so. Weil ich die Stromversorgung ja gekappt hatte. Sollte jetzt aber funktionieren. Aber ich stimmte ein paar Roboter verloren. Wegen ihn. Ne, wegen mir. Weil ich die Stromversorgung gekappt hatte. So, nun mal. So, da. Der zieht das raus. Und der das. Kann ich das da bestimmt. Wo ist er? Den zweiter Vorsetzen. Eigentlich. Hier reinführen. Kann ich den noch. Hier rausführen. So, halbwegs. Ich darf kurz was regeln. Da. Bis da, bitte. Bitte. Bringt mir auch nischt. Ach, ist das jetzt hier Müll. Das ist Müll. Das ist mal richtiger Müll. So, das habe ich im einen. Hier haben wir keinen Strom. Dann haben sie jetzt Strom. Ich will jetzt, was ich mache. Das kommt da weg. Kommt da hin. Dann kommt hier. Von diesen blauen Dingern. Das hatte ich eigentlich nur hin gehabt. So. Dann führe ich das. Hier hin. Bis hier. Und. Von hier. Bis hier. Und. Bis hier. Bis hier. Bis hier. Da haben wir noch so ein Ding, den mal kurz weg, da mal kurz hin, sollte trotzdem alles angeschlossen sein. Sieht zumindest so aus. Gut, das schöne Ding muss dann weiter nach unten. Kein Problem. Brauche ich davon noch mehr? Okay, aber ich habe es gleich. Zack, zack, zack. Jetzt kommt es da sogar doppelspurig an. Ich glaube, es ist vorher auch schon. Aber jetzt wird es halt richtig verteilt. So, also ein Teil geht hier oben lang. Wird hier schön verwertet. Der andere Teil, der, wenn hier nichts durchkommt, wird dann automatisch nach unten geleitet. Und zwar 100%. Ansonsten, wenn der Platz ist, 50-50 halt. Also haben wir jetzt die Aufteilung auch gemacht, gemeistert. Ja, haben wir unsere Eisenversorgung mal ein bisschen aufgepeppt. Und der kommt gar nicht hinterher mit auffüllen. Mal gucken, ob ich da nicht was verbessern kann. Ich glaube, das hatte ich schon mal probiert. Jetzt brauche ich so ein Ding. Kommst du erstmal weg. Was ist das? Ach, der zieht der Eisen gleich ab. So. So, zack, wird auf B das verteilt. Dann geht ins... Hier runter. Warum ist hier dunkel? Keine Lampe. Keine Lampe. Lampe, da. Das andere... wird... Ah, hier machen wir mal so einen intelligenten. Der kommt mal nach oben. Oh, ich hab sogar mal welche. Kommt da hin. Und jetzt sollte es auch ordentlich aufgefüllt werden. Was wir aber noch machen, wir werden hier nochmal so einen Abzwicker machen. Den schieben wir nach oben. Und setzen den... Hier rein. Und alles... Setzen wir so das. Wird darauf geleitet hoch. Dazu wird hier nochmal kurz... Der wird... Verschoben. Hier hin. Und das wird da nochmal drauf gepumpt. Ich glaub ich krieg's immer noch nicht in die Truhe zu füllen. Ich glaub ich produziere immer noch zu viel. Na doch, obwohl. Jetzt hat sich's glaube ich langsam beruhigt. Ja. Also es wird gleich erstmal 50-50 hier aufgeteilt. Wie gesagt, falls der Fall sein sollte, also in der Truhe, wird's gleich auch außen weiter geleitet hier drauf. Ich glaube das haben wir doch irgendwo auch angebunden an unserem Speicher. Genau. Also das heißt wie folgt. Falls hier ein totaler Überlauf sein sollte, weil diese Strecke blockiert ist. Also die Truhe ist voll. Dann staut sich's hier die Strecke zurück. Kann er hier nicht mehr aufteilen. Dann schickt er 100% hier oben lang. Falls hier, was ja auch wenn hier blockiert ist, auch ist. Dann schickt er gleich 100% hier weiter und die gehen auf unsere Linie direkt in die Truhe. Ja. Also haben wir zwei Truhen, wo wir das haben. Ich werd mal kurz nach der Zeit gucken. Ich wette ich bin drüber. Wette gewonnen. Und ich hoffe euch hat die Folge gefallen, der Part. Und im letzten Part, im nächsten Part werde ich mal hier probieren an diese Roboter ein bisschen zu arbeiten. Und ja. Wie gesagt, ich hoffe euch hat der Part gefallen. Viel Spaß beim was immer ihr auch gerade macht. Und denkt dran. Heute am 12.5. ist Muttertag. Also. Ich denke mal jeder der hier zuguckt hat eine Mutter. Also. Könnt ihr mal schön grüßen von euch aus. Schönen Muttertag wünschen für alle die es vergessen haben. Also. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und viel Spaß beim was immer ihr auch gerade macht. Bye bye. Bye.